Hallo Leute! Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Placing auf meiner zweiten deutschen Übersetzung von den G-Trends. Wir sind hier mitten beim Frostbrand-Gegner. Der wird uns jetzt hier voll einnebeln und mit dabei ist wieder der Kill Bill. Jetzt macht er den Scheiß. Oh oh oh, Schneemann, 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 alle beide. Mit dabei ist wieder der Kill Bill. Grüßen, 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 Grüß Mary. Hallo und mit dabei ist der Peg. Hallo und mit dabei ist der Endgegner. Arr, Arr. Und wie man hört, der Controller klickt, wie es auch... Arr, man hört's. Voll aggro. Oh oh. Agro-Medium. Heilen, Ding. Wen heilst du Kill Bill? Ähm. Warum bin ich Kill Bill? Weil ich... keine Ahnung. Wieso bist du Kill Bill? Weiß nicht. Ja weil du Schneemann warst. Ach ja stimmt. Und ich war auch Schneemann. Ich bin noch Schneemann, jetzt bin ich nicht mehr Schneemann. Egal, du heilst jetzt einfach mal. Ich habe gerade Mary gehalt. Und dann gehst du mal rüber zu deinem. Jetzt bin ich Mary. Jetzt bin ich Kill Bill. Jetzt bin ich Kill Bill. Jetzt bin ich Kill Bill. Jetzt bin ich, jetzt bin ich Mary. Ich bin schon hier einfach, was wir drauf haben, ist das nur ja. Ach, jetzt schafft. Ach, jetzt schafft. Mary, hast du echt gut gemacht. Mary, hast du echt gut gemacht. Mary, du bist die Beste. Unglaublich. Mary goes to Hollywood. Mary comes from Hollywood. Mit der heiligen Kraft des goldenen Oscar wurde der Gegner besiegt. Ein einziger Schlag mit der Figur in das Auge des Gegners. Und er war bis sieg. Sieg. Cool. Geil. Hammerkrass. So fett. So kann man jemand drücken. Der Herr drücken darf. Noch 5 Beeilung. Beeilung. Los. Erlauben. Schwänze. Full Klaus. Ha. Feld des ewigen Markes. Ah, jetzt bin ich ich. Okay. weg hier aus dem Punkt. Lass uns das bespeichern gehen. Wo sind noch Spannung? Ganz rechts. Doch. Klar. 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 Natürlich. Doch. Auf keinen Fall. Doch. Nein. Das ist eine optische Täuschung. Ach, das ist die berühmte eiskalte Fata Morgana. Mhm. Okay. Ja, zie ich ein. Ja, eiskalte. Sie sind wahnverständlich. Eine geister Morgana. Eis Morgana. Eis Morgana. Eisorgana. Eisorgana. So. Gespeichert. Das ist eine gute Frage. Aber das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt voll ausgelöstet. Das ist eine Wurst wo gehen. Ja. Auf jeden Fall mal ins Hotel. Damit wir uns die Samen loskriegen. Oh ja. Okay, wir müssen eine Samen loswerden. Und ein bisschen einkaufen. Und ein bisschen einkaufen. Und ein bisschen einkaufen. Wir müssen das übelst merken. Weil wir schaden, ne? Das war so. Mhm. Ich werde mir das mal aufmalen. Wann? Auf eine Art Karte. Die steht hier drauf. Ja, das kann ich benutzen. Warte mal. Landkarte. So hier oben haben wir England. Dann haben wir da oben Grönland. Also Feuer. Feuer hat noch nie gemacht. Ganz unten. Ich versuche das mal ganz grob abzumalen. So die Karte. Warte mal. Ich muss mal ein bisschen drehen. Da ist gerade so eine dumme Arschwolke. Es ist wirklich herbt grob, was ich hier male. Naja, guck mal, die hat gerade gesagt, noch 5 sollen wir machen. Hatten wir nicht schon 2 weg gemacht? Einmal im Himmel den. Und einmal unten den vom Feuer. Na? Aber die hat gesagt, 5 sind noch übrig. So, also das Ding. Da hatten wir schon. Das da unten hatten wir schon. Welches hatten wir noch? Na, einmal den im Himmel bei der... Welcher war denn das von den beiden da unten? Wo lande? Wo lande? Wo lande war das? War das? Ich glaube, der hier war das. Ich glaube, der hier war das. Ich glaube, der hier war das. Gebirgszone. Geh mal zu der Stadt. Was ist das für die Stadt? Wo war das der? Windkühlschrei. Ja, genau hier. Den hast du. Windkühlschrei. Windkühlschrei. Ja, den hast du. Okay. Okay. Und dann unten den Feuer. Ja, den hat man. Ja, aber guck mal, der hat gesagt, noch 15 übrig. Zählen mal zusammen. Das sind nur noch 1, 2, 3, 4. Ähm. Äh. Vielleicht taucht zum Schluss nochmal extra ein auf. Es kann sein, ja. Genau, das ist es. Das kann es nur noch nicht sein. So ein Special Mage. Hä, den müssen wir ja dann nehmen, ne? Genau da. Ja, wo kann man hier landen? Da. 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 Ja. Wobei. Du hast recht in dem Dorf Klammern. Könnte sein, ja. Pilz wohl klingt ähnlich. Ich glaub' es ist sogar die gleiche Melodie. Ne, nicht gut. Ne, auf keinen Fall. Die. Ey, die. Seine. Für euch vergleicht das mal die Melodie von diesem Ort und in dem Ort in. Ich kenn' doch die Melodie. Ja. Das war schon mal mein bisschen mehr getrommelt. Bei der anderen und ein bisschen düsterer, hier so sehr fröhlich. Nämlich und mit die Gertommel. ich hab's gewusst ich hab sie wusste und tot spuren ich bin mal gespannt was das special zu der blauen truhe sind mal gespannt wenn wir uns mal wieder was cooles kaufen können hier lang was hat so blauen herr blauen truhe sagt so ja weiß was meine ja zu der blauen flassen ich habe die gibt es gar nicht ich hab dir noch nie gesehen jana die hat er halt eingebaut als das hat sich extra neun gegner einfallen lassen ja jetzt war ich mal auf und guck mal aber gleich eine hand ist jetzt noch was für ein gegner kann sie gleich traum kraut ja benutzt man die fünf traum kraut na genau alle hintereinander bei einem anderen bösen gegnern lassen muss man gucken wie ein gefährliches die sind nicht sehr gefährlicher kraftzug guck mal da guck mal hier guck mal 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 ich fand das die zu toll ja guck mal guck mal was machen sie einen auf uhr einwohner und dann aussieht das schön hier wir trommeln ist doch nicht niedlich diese fratzen hatte ich nenne sie fratzen hatte er hat ein kleiner fratze sein so fratze ist auch die schnauze gefallen dummes fratze dafür gehörst du das hat man vor uns echt bei dem todesrotter benutzen sollen oh scheiße geht es gleich weiter das scheiß gemalt hier ist auch so ein weiß feld sporen kopf wo zwei gleich in die fresse in die spore bilder die mir die sporen und die kochen was hier macht action ja mach du doch mal ich mache krachen looping und ich mache einen flying roundhouse kick wie heißt das ein looping ein frontflip so steht man ich will endlich mal hier mehr zauber haben kriege ich in den ich muss ja geister hin ja noch mal geist ich probiere es jetzt einfach mal wenn das habe ich zu da verarscht hatte ich verarscht scheiße verdammt das ist ein weibliches wesen mit brüsten oh mein gott oder ja doch das ist hat ein gesicht hat sich bloß so ein so eine stachel dings aufgesetzt das ist so eine verkleidung eigentlich zertitel die werde ich nicht abschneiden tja heute jung und froh 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 edemary hat ablust geist sehen und hat voll die vier zauber das ist voll unwärm was muss ich auch geist nehmen nein 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 eben nicht irgendwas schön zuerst vier zauber und deswegen hätte ich muss mit geist spielen können egal haut dem einer rein dem blöden gegner schwein bams 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 bums was ihr was was das spiel da rein ja da geht ich rein weil da fehlt total untypisch für uns dass wir irgendwas nicht gebacken kriegen wir kommen jetzt überall rein in die fresse ich meine truhe ist das für ein bilder ausspielt neu guck mal nein das ist genau richtig die bäume sind ja voll dafür hier ja cool finde ich witzig ich gehe schon ein stück weiter so ist auch da oben wieder wiki 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 wo bist du ich gehe mal mary holen auch das machen ich bin da manchmal das erste wollen sich wir hatten kommt voran ich werde das was ich sehe ja hier oder ist aber fresh dass ich mein entwicklungs machen wenn die gänz machen ich muss ja die zauberstärke waren ist so cool heißt ja ich habe einen schuliken ich will ja echt mal ein paar items einkaufen gehen wir haben so wenig schokiesen hier kann es ist glaube ich vergessen ja ich gebe auch hier kannst du gestern folgen egal jetzt sind wir bei 10 geld haben auch im noch kommt sie mal vorankommen ja ich habe heute voll über positioniert total werden drei parts alter und folgt ne zwei jahre ist eigentlich doch mehr wir sind im dritten port da würde ich damit sagen voll die überbote ausführung stock action spring stock action für die woodstock spring stock action cool kippen jetzt glaube ich oder um gibt es zwei ausgänger dieses war aller herren healing also zwei ausgänge ich sag mal um die zwei moment noch bei der ungen oben oder unten was und hinten müssen unten da gab es noch ein gang nein dazu doch gar nicht ja für krasse warte mal ich bin heil dich erst mal selber und dann will ich uns erst mal wieder mit schokies ausrüsten schokolade schokolade jeder jeder maßen ach du scheiße drück mal f1 warum drück mal oder eins oh scheiße krasse wurst drück auf 2 oh mein gott sieht komisch aus ja ohne schrift voll doof auf 2 sieht es noch doof aus ja das sieht voll crazy aus mit dem honig das reicht das mal ne und kommt ganz wieder weg oh ja das mache ich traum kraut man kann auch hier ausrüsten das wusste ich gar nicht das hat traum kraut weg und dafür was was handext sehr händex und zwei händex da ja genau macht die hand als sind so sehr die handakt soja ich glaube das sternkart können wir auch inzwischen raushauen oder hier unten oh ja oh ja da oben ging es auf jeden fall weiter und es kommt uns auf jeden fall noch fünf minuten erlauben ja was ist so eigentlich jetzt nicht umgeschrieben regeln nix essen während der aufnahme ne besteck und semmel was besteck und semmeln besteck bief und semmel ja ich bin tot will du musst uns mega das geht in die hose ist noch unten gehen wollte dass der bei ihr los sei guck mal gibt es ja erst mal ein honigfeuer du und honig du und honig oder ohne ne macht keiner und ich mache jetzt heilt auf mich oder auf mary auf dich von mir auf dich für mich auf dich für mich das ist gut für you okay wenn ich so leute sind alle tot schon total kann man schon so wie nehmen dann leute ich mal auf das ist auch noch mal ultra krass überlebt konnten das wirst du ja ich hab mir sich weil du voll ist ein gutes raum kraut unbedingt weg machen musste das traum kraut wieso kann ich eigentlich nicht laufen ja weil wir jetzt alle wieder sowas jetzt was das reicht doch am ende kommt wieder so ein spaß die und bringen soll irgendwo ist ja so halt stehen bleiben stopp halt ich kann mich nicht bewegen können sie den typen von das ist von frauen tausch wo das auch halt stopp die die frau muss haben gepfiffen hat ich kann ich bin mary und ich kann nur mary steuern wer steuers pick mary wahrscheinlich irgendjemand doch der hat sich gerade bewegt ja auch ändert nicht weiter dann müssen wir gucken wir haben bewegt mein so jetzt komm her mary lassen mal gucken aber ich bewegt mich mal immer runter immer und habe nur mary der mary kann sich nicht bewegen der kann mary bewegt ich bin ich kann mary bewegen okay dann müssen wir halt einmal zum nächsten seien ja ist ja genau vom bus wir sind ganz genau davor er muss hier oben ein wieder links oder rechts sein jungen jemand rausgeflogen ich weiß es nicht hat den server nicht offen also durch das server lock habe ich nicht offen ich mag auch jetzt nicht nachgucken wir müssen ja da hoch er hat special mary setzt ihren special jetzt bewege ich mary und kiel will nee nein ich bin auf jeden fall ich bewege jetzt mary und mich er kommt macht ihr mal tut ja er macht ja ich mache ganze zeit und ich muss demnächst killing jetzt so jetzt gibt es in zeitpunkt werden rechts oder links was denkst du dann dann doch nicht aber ich denke mal links ist breitpunkt so ist aber auch noch mal das ist mal die gegner schnell platt machen und dann lasst uns mal mary wieder mit irgendwie rein kriegen ja das geht ja eben nicht wir müssen dazu weiß schon was man hat eigentlich schon versucht start zu treffen es geht glaube ich bin rausgeflogen ich werde mit dir komplett was ich werde mit dir das ist das gleiche problem was ich mit dir manchmal hatte kebel dass ich die steuerung von jemand anderen mit übernehmen so zum teil mary drückt man einfach angreifen drücker vom angreifen okay scheint nicht viel zu bringen stehst du bald so halt 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 warte mal wenn ich jetzt start drücke jetzt bin ich niemand jetzt drücke wieder starten ich bin ich wieder mary soll ich noch mal start bis in die mary geht um rein ich kann ich kann sie nicht ich bin noch nicht mehr spieler 1 fällt mir gerade auf weil ich ja nicht auf start drücke drückt mal jemand da ist hier glaubt mir sonst hast du mich immer irgendwie gekickt und rein gemacht wenn es ja aber ich kann doch das da habe ich immer auf start gedrückt und das ging jetzt nicht ja siehst du wenn es jetzt dann geht geht es nicht also müssen wir den alternativen nehmen und hier muss doch speicherpunkt irgendwo sein und ich hoffe jetzt ganz stark dass er jetzt hier kommt das netz ich steuere beide irgendwie verzögert gott sei dank also schöner port gewesen ist ja das ist auch perfekt gewesen weil leute wir sind es wieder wenn sie jetzt bei der deutsche übersetze von g turns wieder mit dabei wird dann auch die mary sein also im spiel wenn ich jetzt nicht nur und mike wir sehen uns bis dahin macht's gut und schausen tschüss